Die Reise geht weiter. Das Klangforum macht sich auf den Weg nach Kanada. Der Flug geht über Toronto nach Winnipeg. Kurz das Gepäck abladen im Hotel und dann geht es mit einem etwas ungewöhnlichen Transportmittel weiter an die Universität von Manitoba. Das Ensemble Eistesis und die Schüler proben noch bis zum Abend, um gut vorbereitet zu sein für das Konzert und den Workshop am nächsten Tag.